Apostolische Väter Der Hirte des Hermas, Teil 2 von 10, verfasst zwischen dem Jahr 100 und dem Jahr 150. Wir kommen zum dritten Kapitel, Beginn der Enthüllung über den Turm. Als sie mir dies gezeigt hatte, wollte sie weggehen. Da sagte ich ihr, Herrin, was nützt es mir, wenn ich dies gesehen habe, aber nicht verstehe, was diese Dinge zu bedeuten haben? Antwortend sagte sie mir, du bist ein neugieriger Mensch, da du das Nähere über den Turm erfahren willst. Ja, Herrin, erwiderte ich, damit ich das den Brüdern mitteile, damit sie froher werden und damit sie, wenn sie dies hören, den Herrn erkennen in großer Herrlichkeit. Sie entgegnete, es werden zwar viele dies hören, von diesen werden die einen sich freuen, andere werden weinen, aber auch diese werden sich sogar freuen, wenn sie darauf hören und Buße tun. So höre denn das Gleichnis von dem Turm, ich will dir nämlich alles enthüllen, aber mache mir keine Vorwürfe mehr wegen der Enthüllung, denn diese Offenbarungen haben ein Ende. Sie sind nämlich erfüllt. Du aber hörst nicht auf, Offenbarungen zu verlangen. So anspruchsvoll bist du. Den Turm, den du bauen siehst, bin ich, die Kirche, die dir jetzt wie auch früher erschienen ist. Was du nun willst, das frage über den Turm, und ich werde es dir künden, damit du dich freust mit den Heiligen. Da sagte ich ihr, Herrin, da du mich nun einmal für würdig hieltest, mir alles zu enthüllen, so rede. Sie aber entgegnete, was immer dir enthüllt werden kann, das wird enthüllt werden. Nur soll dein Herz zu Gott gerichtet sein, und du darfst nicht zweifeln, was du siehst. Ich fragte sie, warum ist der Turm auf Wasser gebaut, Herrin? Ich habe es dir, versetzte sie, schon früher gesagt, du fragst genau nach, wenn du also fragst, wirst du die Wahrheit finden. Höre nun, warum der Turm auf Wasser gebaut ist, weil euer Leben durch Wasser gerettet wurde und gerettet werden wird. Der Grund des Turmes ist nämlich gelegt durch das Wort des Allmächtigen und verherrlichten Namens. Er wird zusammengehalten durch die unsichtbare Macht des Herrn. Viertes Kapitel Ich antwortete ihr mit den Worten, Herrin, groß und wunderbar ist diese Sache. Wer aber sind die sechs Jünglinge, die beim Bau tätig sind, Herrin? Das sind die heiligen Engel Gottes, die zuerst Geschaffenen, denen der Herr den Auftrag gab, seine ganze Schöpfung zu fördern, zu ordnen und sie ganz zu beherrschen. Durch sie wird daher der Turm, der Bau des Turmes, vollendet werden. Und wer sind die anderen, welche die Steine beitragen? Auch das sind heilige Engel Gottes. Jene sechs aber sind höheren Ranges als diese. Der Turm wird also seine Vollendung finden, und alle insgesamt werden sich freuen rings um den Turm, und sie werden Gott verherrlichen, weil der Bau des Turmes zu Ende geführt wurde. Ich fragte sie, Herrin, ich hätte gerne gewusst, welche Bewandtnis es mit der Herkunft und der Bedeutung der Steine hat. Ihre Antwort lautete, nicht weil du von allen der Würdigste bist, diese Enthüllung zu erhalten, denn andere kommen vor dir und sind besser als du, so dass ihnen diese Geschichte hätte geoffenbart werden sollen. Vielmehr, damit der Name Gottes verherrlicht werde. Psalm 85 Fünftes Kapitel Nun höre von den Steinen, die in den Bau kamen. Die viereckigen weißen und in den Verband passenden Steine, das sind die Apostel, Bischöfe, Lehrer und Diakone, welche lebten nach der Herrlichkeit Gottes, die ihr Hirtenamt, Lehramt und ihren Dienst heilig und fromm versehen haben für die Erwählten Gottes. Die einen von ihnen sind schon entschlafen, die anderen leben noch. Immer waren sie einig miteinander, hielten Frieden unter sich und hörten aufeinander, deshalb passen in dem Bau des Turmes die Fugen zueinander. Was aber bedeuten die Steine, die aus der Meerestiefe heraufgezogen und in den Bau eingemauert wurden und deren Linien mit den übrigen schon zum Bau verwundeten Steine übereinstimmen? Das sind die, welche für den Namen des Herrn gelitten haben. Auch über die anderen Steine, welche von der Erde genommen, möchte ich Auskunft und Deutung haben, Herrin. Sie erklärte, die, welche zum Bau verwendet wurden, ohne dass man sie behauen musste, sind vom Herrn erprobt, weil sie in der Gerechtigkeit des Herrn wandelten und seine Gebote richtig hielten. Was bedeuten aber die, welche herbeigeführt und in den Bau gelegt wurden? Das sind die Neulinge im Glauben und andere Gläubige. Sie werden von den Engeln zu guten Werken ermahnt, weil in ihnen keine Sünde gefunden wurde. Und was bedeuten die Weggeworfenen und Fortgeschleuderten? Das sind solche, welche gesündigt haben und sich bekehren wollen. Deshalb wurden sie nicht weit vom Turm weggeworfen, weil sie für den Bau brauchbar sein werden, wenn sie sich bekehrt haben. Die, welche die Bekehrung vorhaben, werden nach ihrer Bekehrung stark sein im Glauben, wenn ihre Bekehrung jetzt geschieht, solange am Turm noch gebaut wird. Wenn aber der Bau vollendet ist, dann gibt es für sie keinen Platz mehr und sie werden verworfen sein. Nur, das bleibt ihnen, dass sie in der Nähe des Turmes liegen. Sechstes Kapitel Die Deutung der einzelnen Steine wird fortgesetzt Willst du auch über die zerschlagenen und vom Turm weit weggeschleuderten Auskunft haben? Das sind die Kinder der Sünde. Ihr Glaube war Heuchelei und keine Schlechtigkeit blieb fern von ihnen. Deshalb finden sie das Heil nicht, weil sie wegen ihrer Sünden nicht brauchbar sind für den Bau. Deshalb wurden sie zusammengeschlagen und weit fortgeworfen, wegen des Herrn Zorn, weil sie ihn geärgert haben. Dann hast du andere in großer Zahl daliegen sehen, die nicht in den Bau kamen. Das sind die mit Flecken Behafteten. Sie haben die Wahrheit zwar erkannt, aber sie bleiben nicht bei ihr und schlossen sich den Heiligen nicht an. Deshalb sind sie unbrauchbar. Wer sind denn die mit den Rissen? Sie bedeuten Leute, die im Herzen etwas gegeneinander haben und miteinander nicht in Frieden leben. 1 Thessalonicher 5, Markus 9, 2 Korinther 13 Vielmehr sich den Anschein des Friedens geben, sobald sie aber auseinandergegangen sind, leben ihre Sünden fort in ihren Herzen. Das sind die Risse, welche die Steine haben. Die Verstümmelten, so dann, sind diejenigen, welche zwar gläubig sind und der Hauptsache nach in Gerechtigkeit leben, aber doch einigen Anteil an der Sünde haben. Deshalb sind sie verstümmelt und nicht ganz. Was ist aber dann mit den weißen, rundlichen Steinen, die nicht in das Bauwerk passen, Herrin? Sie antwortete mir, wie lange noch bist du töricht und unverständig und fragst nach allem und siehst nichts ein. Das sind solche, die zwar den Glauben haben, zugleich aber auch den Reichtum dieser Welt. Wenn die Trübsal kommt, dann verleugnen sie ihren Herrn wegen ihres Reichtums und wegen ihrer Geschäfte. Ich erwiderte ihr und sagte, Herrin, wann werden sie brauchbar werden für den Bau? Sie werden dann brauchbar sein für Gott, wenn ihnen der Reichtum, der ihre Seele beherrscht, vermindert worden ist. Wie nämlich der rundliche Stein nur dadurch viereckig wird, dass man ihn behaut und einiges von ihm wegnimmt, so können auch die Reichen in dieser Welt nur dadurch für den Herrn brauchbar werden, dass ihnen der Reichtum beschnitten wird. Erkenne dies zuerst an dir selbst, solange du reich warst, warst du nicht zu brauchen. Jetzt aber bist du sehr brauchbar und nützlich für das Leben. Werdet brauchbar für Gott, denn du selbst wirst aus diesen Steinen genommen. Siebtes Kapitel Die Deutung der übrigen Steine Die anderen Steine, die, wie du saßt, weit vom Turm weggeworfen wurden und auf den Weg fielen, aber vom Weg weiter rollten in wegloses Feld, das sind die, welche zwar Glauben haben, aber wegen ihres Zweifels ihren wahren Weg verließen, in der Meinung, einen besseren Weg finden zu können, irren sie umher und sind unglücklich durch ihr Umherstreifen in den weglosen Gebieten. Die, welche ins Feuer fielen und verbrannten, das sind die, welche am Ende von dem lebendigen Gott abgefallen sind, Hebräer 3, und in deren Herzen keine Sinnesänderung mehr aufkam, wegen ihrer schwelgerischen Lüste und ihrer Sünden, die sie begingen. Möchtest du endlich wissen, was dies zu bedeuten habe, welche nahe am Wasser niederfielen, aber nicht ins Wasser weiterrollen konnten? Das sind die, welche das Wort hörten, Markus 4, Matthäus 13, und sich taufen lassen wollten auf den Namen des Herrn, Apostelgeschichte 19, wenn ihnen hernach die Keuschheit als Forderung der wahren Lehre zu Gemüte geführt wird, kehren sie um und laufen wieder ihren schlechten Begierden nach. Sirach 18 Da schloss sie mit der Deutung des Turmes. Ich aber war frech und fragte sie noch, ob alle diese weggeworfenen und in den Bau des Turmes nicht passenden Steine, ob es für sie eine Buße gibt und ob sie eine Stelle finden in diesem Turm. Es gibt für sie eine Buße, erwiderte sie, aber in diesen Turm können sie nicht kommen. Aber sie werden für einen anderen, viel geringeren Platz passen, und zwar dann, wenn sie ihre Schmerzen getragen und die Tage ihrer Sünde erfüllt haben. Sie werden aber, dass deshalb an einen anderen Ort versetzt werden, weil sie teilgenommen hatten an dem gerechten Worte. Und nur dann wird es ihnen gelingen, ihre Qualen entrissen zu werden, wenn in ihrem Herzen die Reue über die bösen Werke, die sie verübten, sich regt. Wenn diese sich aber nicht regt in ihrem Herzen, dann werden sie nicht gerettet werden, wegen ihrer Herzenshärtigkeit. Achtes Kapitel Das Gesicht von den sieben Frauen Als ich nun aufhörte, sie nach all diesem zu fragen, sagte sie zu mir, »Willst du etwas anderes sehen?« Da ich sehr begierig war, etwas zu schauen, wurde ich überglücklich durch die Aussicht auf ein neues Gesicht. Lächelnd sah sie mich an und sagte, »Siehst du sieben Frauen um den Turm?« »Ja, Herrin«, erwiderte ich, »der Turm hier wird von diesen getragen, gemäß der Anordnung des Herrn.« »Vernimm nun ihre Bedeutung.« Die erste von ihnen, die mit den kräftigen Händen, wird Glaube genannt. Durch sie werden die Auserwählten Gottes gerettet. Die zweite mit dem Gürtel und mit dem mannhaften Aussehen heißt Enthaltsamkeit. Sie ist die Tochter des Glaubens. Wer ihr nachfolgt, wird glücklich in seinem Leben, weil er sich von den bösen Taten freihalten wird, weil er glaubt, dass er das ewige Leben erben wird, wenn er sich freihält von jeder sündhaften Lust. Was bedeuten aber die übrigen, Herrin? Die eine ist die Tochter der anderen. Ihre Namen sind Aufrichtigkeit, Wissenschaft, Unschuld, Keuschheit, Liebe. Wenn du alle Werke der Mutter von ihnen tust, kannst du das Leben besitzen. Ich hätte gerne gewusst, Herrin, welche Bedeutung jede von ihnen hat. So höre, antwortete sie, die Bedeutung, die jede hat. Die Bedeutung der einen ist von der anderen abhängig und folgt ihr in der Ordnung, wie sie geboren sind. Von dem Glauben stammt die Enthaltsamkeit, von der Enthaltsamkeit die Aufrichtigkeit, von der Aufrichtigkeit die Unschuld, von der Unschuld die Keuschheit, von der Keuschheit die Wissenschaft, von der Wissenschaft die Liebe. Ihre Werke nun sind rein, keusch, göttlich. Wer nun diesen dient und es fertig bringt, ihre Werke zu üben, der wird im Turm Wohnung finden bei den Heiligen Gottes. Ich fragte sie dann nach der Zeit, ob schon die Vollendung da sei. Da schrie sie laut auf und rief, du unverständiger Mensch, siehst du nicht, dass an dem Turm noch gebaut wird? Erst wenn der Turm fertig dasteht, kommt das Ende. Aber es wird rasch gebaut werden. Frag mich nichts mehr. Diese Mahnung genügt für dich und die Heiligen und die Erneuerung eures Geistes. Aber nicht für dich allein wurde diese Offenbarung gegeben, sondern dazu, dass du sie allen kundtust. Nach drei Tagen, du musst es nämlich zuerst verstehen, werde ich dir, Hermas, erst die Worte ans Herz legen, die ich dir sagen will, damit du sie alle den Heiligen ins Ohr redest, damit sie dieselben hören und erfüllen und so gereinigt werden von ihren Sünden, du selbst und sie. Neuntes Kapitel Hört mich, Kinder, ich habe euch aufgezogen in aller Aufrichtigkeit und Unschuld und Keuschheit wegen der Erbarmung des Herrn, der seine Gerechtigkeit herabtauen ließ über euch, damit ihr gerechtfertigt und entsühnt würdet von allem Bösen und aller Verkehrtheit. Ihr aber wollt nicht ablassen von eurer Schlechtigkeit. Nun hört jetzt auf mich und haltet Frieden unter euch selbst. 1 Thessalonicher 5 Und besucht einander und nehmt einander auf. Römer 15, Apostelgeschichte 20 Und genießt die Gaben Gottes nicht allein im Überfluss, sondern teilt auch den Bedürftigen davon mit. Während nämlich die einen infolge zu vieler Nahrungsaufnahme sich eine Krankheit des Körpers zuziehen und ihn schädigen, leidet der Körper der anderen Schaden infolge mangelnder Nahrung, weil sie nicht genug zu essen haben, und so geht ihr Leib zugrunde. Diese Unmäßigkeit ist schädlich für euch, Wohlhabende, die ihr dem Bedürftigen nichts gebt. Schauert hin auf das kommende Gericht. Suchet also ihr, die ihr im Überfluss habt, die Hungernden auf, solange der Turm noch nicht fertig ist. Denn nach Vollendung des Turmes werdet ihr Gutes tun wollen, aber es wird euch nicht mehr möglich sein. Sehe zu, ihr im Reich schweigenden, schwelgenden, ihr im Reichtum schwelgenden, dass die Darbenden nicht etwas seufzen und dass ihr seufzen nicht im Porsteig zum Herrn und ihr nicht mitsamt euren Gütern ausgeschlossen werdet von dem Eingang des Turmes. Jetzt aber rede ich zu den Vorstehern der Kirche und den Inhabern der ersten Plätze, werdet den Giftmischern nicht ähnlich. Dies tragen nur zwar ihr Gift in Büchsen, ihr aber habt euer Gift und eure tötende Mittel im Herzen. Ihr seid verhärtet und wollet euer Herz weder reinigen noch eine einmütige Gesinnung miteinander haben in einem reinen Herzen, auf das ihr Erbarmen erlangen könntet von dem großen König. Psalm 46 Seht also zu, Kinder, dass diese Zwistigkeiten euch nicht um das Leben bringen. Wie wollt ihr die Erwählten des Herrn erziehen, wenn ihr selbst keine Zucht habt? Es erziehe also einer von euch den anderen und haltet Frieden unter euch selbst. 1 Thessalonicher 5 Damit auch ich frohen Herzens vor dem Vater treten und eurem Herrn Rechenschaft geben kann über euch alle. Zehntes Kapitel Das Verschiedene Aussehen der Frau bei den drei Erscheinungen Als sie nun ihr Gespräch mit mir beendigt hatte, kamen die sechs Jünglinge, welche bauten und trugen sie weg zu dem Turm, und vier andere nahmen die Bank und trugen sie ebenfalls zum Turm. Ihr Antlitz konnte ich nicht sehen, weil sie abgewandt waren. Als sie nun weggehen wollten, bat ich sie um Aufklärung über die drei Gestalten, in denen sie mir erschienen war. Ihre Antwort lautete, »Darüber musst du mich ein anderes Mal fragen, damit ich es dir enthülle.« Bei dem ersten Gesicht vorheriges Jahr war sie mir, Brüder, als eine ganz alte Frau auf einem Sessel sitzend erschienen. Bei der zweiten Erscheinung hatte sie ein jüngeres Gesicht, aber einen alten Körper und graue Haare, und sie stand, als sie mit mir sprach, sie war aber in besserer Stimmung als das erste Mal. Bei der dritten Erscheinung war sie ganz jung und von ausgezeichneter Schönheit. Nur hatte sie graue Haare, aber sie war fröhlich bis zum Schluss und saß auf einer Bank. Dies machte mich ganz traurig, weil ich die Deutung hierher kennen wollte. Da schaute ich in einem nächtlichen Gesicht die alte Frau, und sie sagte mir, »Jedes Gebet bedarf demütiger Gesinnung. Faßte also, und du wirst erhalten, was du vom Herrn begehrst.« Faßte ich denn einen Tag, und in der Nacht erschien mir ein Jüngling, der mir sagte, »Warum verlangst du im Gebet die Offenbarung der Reihe nach? Sieh zu, dass du nicht zu viel verlangst und so deiner Gesundheit schadest.« »Diese Enthüllungen genügen dir, oder kannst du stärkere Offenbarung als die Erlebten aushalten?« Ich antwortete ihm, »Herr, nur um das eine bitte ich, nämlich um Aufklärung über die dreifache Gestalt der alten Frau, damit die Offenbarung vollständig werde.« Da erwiderte er, »Wie lange seid ihr noch unverständig? Vielmehr sind es die Zweifel, die euch das Verständnis nehmen, unter Umstand, dass ihr eure Herzen nicht beim Herrn habet.« Ich antwortete ihm, indem ich nochmals sagte, »Aber von dir, o Herr, werde ich es genauer erfahren.« Elftes Kapitel Erklärung der ersten Gestalt So höre denn über die drei Gestalten, wie du es verlangst. Warum sie bei der ersten Gesichte dir alt erschien und auf einem Sitz ruhend, weil euer Geist schon alterte und schon abgezehrt war und keine Kraft mehr hatte wegen eurer Schwäche und eurer Zweifel. Wie nämlich die alten Leute, weil sie keine Aussicht haben, wieder jung zu werden, nur noch auf das Einschlummern warten, so habt auch ihr durch die zeitlichen Sorgen geschwächt, euch der Sorglosigkeit überlassen und habt nicht alle eure Sorgen auf den Herrn geworfen. Psalm 54, 1 Petrus 5 Vielmehr wurde euer Sinn niedergebeugt und ihr seid gealtert durch eure Kümmernisse. Warum sie auf einem Sessel ruhte, möchte ich wissen, Herr. Weil jeder Schwache sich auf einen Ruheplatz niedersetzt wegen seiner Schwäche, damit die Schwäche seines Körpers überwunden werde. Damit hast du die Bedeutung des ersten Gesichtes. Zwölftes Kapitel Die Deutung des Zweiten, Zweiten Gestalt Bei der zweiten Erscheinung sahest du sie stehend mit einem jugendlicheren Gesicht und fröhlicher als das erste Mal, nur mit älteren Körper und grauem Haar. Vernimm, sagte er, auch dieses Gleichnis. Wenn einer schon alt ist und sich schon wegen seiner Schwäche und seiner Armut aufgegeben hat, dann erwartet er nichts anderes mehr als den letzten Tag seines Lebens. Da fällt ihm plötzlich eine Erbschaft zu und er springt bei der Nachricht hervor, hierauf auf, und voll Freude kommt er wieder Kraft und bleibt nicht mehr liegen, sondern steht auf und sein Gesicht ist infolge der früheren Arbeit schon abgemattet. Es lebt aber wieder auf. Er bleibt nicht mehr sitzen, sondern rührt sich nähm, männlich. So ist es auch euch ergangen, als ihr die Offenbarung hörtet, die euch der Herr gegeben hat. Weil er sich erbarmt hat über euch, hat sie euch auch euer Gesicht erneuert, habt ihr eure Schwäche abgelegt, habt ihr wieder Kraft geschöpft und seid wieder stark geworden im Glauben. Und als der Herr eure Erstarkung sah, freut er sich, und deshalb hat er auch bei den Bau des Turmes geoffenbart und wird euch noch mehr offenbaren, wenn ihr aus ganzem Herzen unter euch Frieden bewahrt. 1 Thessalonicher 5 13. Kapitel Erklärung der dritten Gestalt Bei der dritten Erscheinung sahst du sie jung, schön, fröhlich und von edler Gestalt, wie nämlich ein Trauriger, dem plötzlich eine gute Botschaft zukommt, sogleich das alte Leid vergisst und nichts anderes erwartet als die Erfüllung der frohen Botschaft, von der er hörte, und wie er künftig hin stark sein wird im Hinblick auf das Gute, und wie sein Gesicht sich erneuert wegen der Freude, die ihm zuteil geworden, so habt auch ihr eine Erneuerung eures Geistes erlebt, als ihr diese Güte sahet. Und wenn du sie auf einer Bank sitzen sahst, so wisse, dass es ein starker Sitz war, weil die Bank vier Füße hatte und feststand, denn auch die Welt beruht auf vier Elementen. Wer also völlig sich bekehrt, wer nämlich aus ganzem Herzen seine Gesinnung ändert, der wird neu werden und fest gegründet. Nun hast du die Offenbarung vollständig und du sollst fernerhin gar nicht mehr fragen. Über die Offenbarung sollte aber etwas notwendig sein, so wird es dir geoffenbart werden. Soweit der zweite Teil von den apostolischen Vätern der Hirte des Hermas verfasst zwischen 100 und 150. Das nächste Mal geht es mit dem vierten Gesicht, dem ersten Kapitel, die Erscheinung eines großen Tieres weiter. So segne, behüte und stärke euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen